Der Traveller-Welt ist eine gute Umgebung, weil es viel Liebe gibt, die Leisure-Destinationen. Es gibt viele Leute, die schon übernommen sind, um Projekte und Informationen zu suchen, und was sie inspiriert haben, um zu gehen. Wir sind erstmal total begeistert mit diesem schönen Stand. Dass hier alles auch so schön maritim aussieht, das passt natürlich zu uns ganz gut. Ich denke, die Bühnenpräsentation ist eine prima Chance, sich hier auf der Boot ein bisschen bekannt zu machen und sein Zielgebiet auf jeden Fall an die Kunden weiterzugeben und es denen etwas genauer zu erklären. Mit der Hoffnung, dass natürlich am Ende alle zum Stand kommen und vielleicht sogar etwas buchen. Mir gefällt in dieser Halle sehr gut, dass man neue Ideen sammeln kann, wo vielleicht die nächste Reise hingeht. Und hier bei den ganz tollen Fotos, bei den Bildern, bei den Filmen, bei den Videos, die man hier überall sieht, ist man direkt automatisch in Urlaubsstimmung. Also mir geht das jedenfalls so. Ich wüsste jetzt schon, wo ich meine nächsten Urlaube verbringen möchte. Ja, eindeutig. Meine Reisegepäcke sind voll mit Ideen. Also wir sind das vierte Jahr jetzt hier auf der Boot und bin auch der Meinung, dass in diesem Jahr bisher die beste Resonanz da ist. Und deshalb werden wir im nächsten Jahr als Aussteller wieder auf die Boot gehen und überlegen uns, ob wir einen wesentlich größeren Stand mitten. Sehr interessant. Auf jeden Fall hier buchen. Boot Dusseldorf bedeutet für uns mehr neue Hafengäste, Urlauber und gute Kontakte. So alles hinein. 2. 2. 2. 2. 3. 5. 7. 9.